Okay, ja, letztes Mal haben wir diesen wunderschönen 560SEC repariert und nicht ganz, werden wir gleich noch machen, ähm, weil ihr mir danke, dank euch, äh, weiß ich jetzt, wie ich den Rost hier wegkriege, dafür fettes Danke, kam anscheinend auch mit dem letzten Update rein und heute werden wir die 300SE, äh, Gullwing ein wenig wunderschön restaurieren und am Ende der Folge könnt ihr auch noch ein paar Keys für den DLC gewinnen. Ja, bis zum Ende dranbleiben, da habt ihr dann die Chance.